Ja, aber so kriegt man halt eine Prüfung voll, ne? Ja. Ja. Also auf diesem Platz muss es unheimlich gut riechen, die sind alle nur am Schniffeln. Wie ist die auch eigentlich? Die ist nur hier auf diesem blöden Platz. Das ist ja schon mal froh. Das habe ich heute Morgen schon gesagt, als Sabine gesagt hat, wir fangen mit Platz an, habe ich schon gedacht, das funktioniert nicht. Das ist aber immer so, wenn wir mit Platz anzeigen, funktioniert gar nichts mehr. Ja, Sonne. Das ist auch natürlich so schön. Toll, jetzt steht Sabine im Bild. Kannst du mir auch mal sehen? Hm? Nein. 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 Obwohl seine nicht so Lieblingsübungen kommen ja noch zu das Abrufen stehen. Aber er ist immer ein Mensch, dass er nicht einfach auf dem Schirr hat. Aber wenn er nicht ganz sich dann noch anziehen würde, dann wäre er nicht wie das Lieblingsübungen. Ja. Oh. 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 Es war aber, wenn er drin war, Minimalarbeit. Ja, auf dem Platz ließen gut. Sehr schön, Regina. Ja. 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 Aber hier sitzt man am Rutschweißen vor, hier ist beide falsch nur spät.